Ein tödlicher Unfallerin erzieht in Erlensee nahe Hanau. Ein Mensch verunglückt bei Rot-Erlensee in Erlensee-Main-Kinzig-Kreis kam es am Samstag, 20.02.2021 zu einem tödlichen bei privaten Rüttungsarbeit namens der belegten Fliegerhorst Erlensee bei Hanau-Star-Weine-Perk gegen 12.00 Uhr wurde sie von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt, berichtet die Polizei. Die sofort gerufenen Rettungskräfte konnten nichts mehr für den verunglückten Menschen tun. Er starb noch an der Unfall in Erlensee bei Hanau. Eine Person stirbt wie genau es zudem im Fall kam. Kommte die Polizei zum letzten Bescheid und auch zur Identität der Person machte die Polizei keinen mehr. Angaben kommt nur um den Rettungskräften bei der Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen, denn ein sind die Beherrhe für Arbeitssicherheit will jetzt den Hergang führen. Und da die Person eines nicht natürlichen Todes starb, ermittelt auch die Kriminelle. Ab 2019 kam es in Erlensee bei Hanau zu einem schweren Unfall, nachdem ein Auto einen Bus ausgebremst hatte. Sieben Personen wurden dabei verletzt. Siebast. 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 Vielen Dank.